Giovannis Trading Chancen am Montag, 27. Mai. Heute wird es aufgrund von Feiertagen etwas ruhiger an den Börsen werden, aber natürlich habe ich auch heute einen DAX Ausblick für euch, etwas zu den Devisen und natürlich die ein oder andere Aktie auf der Watch. Das vollständige und kostenlose Video erhaltet ihr wie immer, indem ihr euch für Giovannis Trading Chancen registriert.